Bernardo Bellotto, auch Canaletto genannt, war ein venezianischer Maler, der insbesondere für seine wahrheitsgetreuen Darstellungen europäischer Städte bekannt wurde. Seine Werke sind im Rococo-Stil. Bellotto wurde 1722 in Venedig geboren, lebte einige Jahre in Rom und Dresden und starb 1780 in Warschau. Sein Onkel Canaletto, dessen Namen Bellotto später übernahm, war ebenfalls berühmter Maler und erkannte das Talent seines Neffen im frühen Alter. Der Stil der beiden Künstler ist schwer zu unterscheiden, dass sich beide auf die Landschaftsmalerei von Städten konzentrierten. Im Gegensatz zu seinem Onkel zeigt Bellotto Städte weniger aufgeräumt, sondern in einem alltäglichen und realistischen Zustand. Die Stadt Rom beispielsweise zeigt er in kühlen Farben und mit starken Kontrasten. Auch die unnatürlich niedrigen Horizonte sind ein Merkmal. Weitere Werke zeigen Dresden, Wien, München und Wachschau. Bellotto hatte ein Standardvorgehen, um wahrheitsgetreue Bilder zu schaffen. So fertigte er kleine Skizzen an und übertrug diese, indem er Rasterlinien zog und die kleinen einzelnen Kästchen im neuen Maßstab auf die Leinwand malte. Durch diese wahrheitsgetreuen Darstellungen konnten große Teile der Warschauer Altstadt nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ...